Lassen, schauen, Schichtli! Es war einmal eine Hausstaubmilbe. Sie wohnte in einem Teppich. Irgendwo in der Schweiz, in irgendeinem Haus oder irgendeiner Wohnung. Vielleicht genau in dem Teppich, wo du gerade draufhockst. Diese Milbe hat ein recht eintöniges Leben geführt in diesem Teppich. Die Milbe geht nämlich nicht in die Kinder oder in die Schule. Sie müssen auch nicht arbeiten gehen. Sie haben eigentlich den Lieblangtag, nichts anderes zu tun, als Hautfetzen zu fressen. Manchmal spielen Milbe Fungis, aber das ist eine recht mühsame Sache. Bei diesen kurzen Beinen geht es manchmal drei, vier Tage, bis es eine hat. Es war an einem dieser öden Tage, da hat sich unsere Milbe aus lauter Langweile auf den Rücken gedreht und hat alle acht Beine von sich gestreckt, wie ein fauler Hund in der Mittagssonne. Das war aber ein grosser Fehler. Denn kurz darauf gab es einen riesigen Krach. Einen ohrenbetäubenden Lärm, der ganz schnell wie ein Wirbelsturm nahe kam. Und ein riesiges Teil, das von unten aus gesehen hat, wie ein gigantisches Raumschiff, ist ganz dicht über den Teppichboden drüber gefahren, wie eine Dampfwalze. Der Staubsauger. Wie ein hungriges Tier ist er über den Teppich gejagt und hat alles eingesaugt, was nicht nid- und nagelfest war. Eigentlich kein Problem für Milbe. Milbe könnte sich nämlich mit ihren Saugfüssen ganz fest an den Teppichboden klammern. Da kann sogar so ein Turbo Power Maxi Staubsauger mit 120 PS nichts ausrichten. Aber eben, unsere Milbe ist ja auf dem Rücken gelegen, mit den Saugfüssen in der Luft. Und schneller als sie hätte hoppla sagen können, ist sie zusammen mit dem ganzen Staub aus dem Teppich im Bürstenkopf von dem Turbo Power Maxi Staubsauger verschwunden, ist durch eine lange Röhre gejagt worden und nach weniger als vier Hundertstel Sekunden ist sie inmitten in einem dunklen Knäuel aus Staub, Haar, Hautfetzen, Papierfötzen, Spinnenbein und Totenflügen gelandet. Kurz darauf ab ist es still geworden, die Milbe ist langsam wieder zu sich gekommen und wo sich ihre Augen einigermassen an die muffige Dunkelheit gewöhnt haben, hat sie gemerkt, dass sie in einem Staubsaugerbeutel im Inneren von diesem Staubsauger geraten ist, wie ein kleines Krebschen in den Bauch eines Wallfischen. Was bist du denn da für ein Käferchen? hat sie auf einmal eine Stimme vernommen. Die Stimme hat eine unförmige Klumpe gerade neben ihr gehört. Also ich bin eine Milbe, eine Hausstaubmilbe, hat die Milbe geantwortet. Aber wer oder was bist denn du? Ich bin ein Brösmeli, hat das braune Klumpe gesagt, die etwa zehnmal grösser als die Milbe war. Ein Brösmeli? Ja, ein Brösmeli. Ein Brösmeli aus einem Pfünderli Berner Rauchbrot. Jetzt hat es die Milbe auch gesehen. Soweit sie das in dieser Dunkelheit erkennen können, hat das Brösmeli recht sympathisch gewirkt. Aber ich sollte eigentlich gar nicht da sein, hat das Brösmeli weitergekriegt. Sondern in meinem Bauch. Die Milbe ist nicht draus gekommen. In meinem Bauch? Hey ja, in meinem Bauch eines Menschen. Der kommt schon durch eine lange Röhre rein. Und landet auch in einem Beutel. Und dann hat man einen Magen. Aber soviel ich weiss, träffst du doch keine Haare und tote Flögen wie hier. Höchstens mal eine Mücke, die dem Menschen beim Velofahren ins Maul geflogen ist. Ja, nein. In einem Menschenmagen. Da kommst du mit viel spannenderer Sachen zusammen. Pommes frites Möckli, Salatblätter, Spaghetti-Stückli. Ja, sogar ab und zu mit einem Schluck Gocci. Aber eben. Jetzt bin ich dummerweise in diesem Staubsaugerbeutel gelandet. Keine Ahnung, was jetzt aus mir wird. Ja, ich gehöre eigentlich auch nicht da rein, hat Milbe gesagt. Aber ich habe halt blöderweise kurz nicht aufgepasst. Aber weisst du was, Brösmeli? Warum gehen wir nicht einfach wieder raus? Der Staubsauger saugt ja nicht mehr. Wir nehmen einfach den gleichen Weg zurück, wie wir sind reinkommen. Ja, du bist gut. Ich kann doch nicht einfach rausgehen. Ich habe kein Bein wie hier. Aber ich dafür achte. Und dazu einen breiten Rücken. Weisst du was? Ich träge dich raus. Das geht doch nicht. Ich bin sicher etwa zehnmal so gross und schwer wie hier. Probieren geht überstudieren, hat Milbe gesagt. Aber zuerst muss ich mich ein bisschen stärken. Bis so gut. Bis ab. Die Milbe hat nicht verstanden. Was? Bis ab? Wo? Denk an mir, hat's Brösmeli gesagt. Ja, aber ich kann dich doch nicht einfach ankafeln. Du bist doch jetzt mein Freund. Und es hat ja genug Hautschüppchen rum. Wie du mich hier raus tragen willst, musst du etwas Recht haben. So kommst du wieder zur Kraft und ich werde gleichzeitig ein bisschen leichter. Also, bis zu. Das ist der Milbe schon nicht ganz recht gewesen. Aber sie hat dann doch ein bisschen von diesem Berner Rauchbrot-Brösmeli probiert. Und es hat ihr recht gut geschmückt. Frisch gestärkt hat Milbe jetzt das Brösmeli gebuckelt wie ein Bergbauer in Strohballen und hat es tatsächlich bis zum Ausgang vom Staubsaugerbeutel geschafft. Dort ist es aber leider nicht mehr weitergegangen. Weil dort zwischen Staubsaugerbeutel und Staubsaugerröhren hat ihnen eine Klappe den Weg versperrt. Am Rand dieser Klappe war zwar ein ganz schmaler Spalt, der die Milbe gut durchgepasst hat, aber das riesen Brösmeli auf keinen Fall. Die kleine Milbe konnte es noch so schieben, stossen und reissen, das Rauchbrotteilchen einfach nicht durch den Spalt durchgehen. Und als sie zum letzten Mal noch einmal richtig Anlauf nahm und mit ihrem ganzen Gewicht als sperriger Brösmeli den Spalt gewuchtet hat, da ist das vor lauter Hin- und Herrütteln auf einmal in der Mitte auseinandergebrochen. Die Milbe ist natürlich zu tot verschrocken, als sie gemerkt hat, was sie angerichtet hat. Oh, Herrje, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Geht's, Brösmeli? Tut's weh? Soll ich den Doktor holen? Aber das Brösmeli hat sie beruhiget. Du, etwas Besseres hätte mir gar nicht passieren können. Weil jetzt passe ich sicher durch den Spalt. Da kommt eben nur die Hälfte von mir mit. Weisst du, das kommt bei uns Brösmeli nicht so drauf an. Ein Teil von einem Brösmeli ist immer nur ein Brösmeli. Und tatsächlich, unsere Milbe und auf ihrem Rücken das halbe Brösmeli, die haben jetzt ohne grössere Schwierigkeiten durch die schmale Öffnung gepasst. Jetzt hatten sie aber noch die langen Staubsaugerröhre vor sich. Ganze zweieinhalb Tage haben sie gebraucht, bis sie ganz vorne einen Lichtschimmer haben gesehen. Und ein paar Stunden später sind sie endlich aus diesem Turbo-Power-Maxi-Staubsauger rausgekrochen. Merci viel, viel Mal, liebe Milbe. Du hast mich gerettet. Und weisst du was? Ich warte jetzt einfach hier auf dem Boden, und wenn ich Glück habe, frisst mich wenigstens ein Hung, ein Büsli oder ein Mäusli, und dann komme ich gleich noch in eine Magen. Und unsere Milbe ist wieder in ihren Teppich zurückgekehrt. Und ihre Tausenden von Milbe-Kollegen sind alle zusammengekommen und gewunderig und mucksmäusli-still wie eine Schar Kinder vor dem Radio haben sie zugelassen, die uns in Milbe von ihrem Abenteuer im Staubsauger erzählte. Und die eine oder andere hat sich sogar überlegt, ob sie sich das nächste Mal, wenn der Staubsauger kommt, nicht vielleicht auch mal auf den Rücken dreht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020